ualah Trustment Story heute spielen wir out die quasi um damit man von dr metropolitan des oder wer fastest wir starten direkt im jay den er hat besitzt dr jay jah You will find yourself in the role of Benjamin Kerrigan. Oh, wir sind Butler. Achso, wir nehmen die Stelle von meinem Bruder ein. But what is the reason for that? Where is this? Oh nein, was haben die mit meinem Bruder angestellt? Oh nein, kann sie jetzt schon sagen. Die haben ihn irgendwie im Keller eingesperrt, vergewaltigt, getötet, gekitzelt. Mit Wattebällchen abgeworfen, bis es wehtut. Ja, alles klar, kurz zusammengefasst. Ja, mein Bruder irgendwie bla 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 ist plötzlich weg. Wir haben uns jetzt hier reingeschlichen, dort wo mein Bruder gearbeitet hat. Und haben uns unter falschem Namen hier, weil es ist ja ein bisschen auffällig, wenn man mit dem gleichen Nachnamen dann plötzlich auftaucht. Außer man heißt Mustermann. Aber wir heißen zum Glück nicht Mustermann. Zumindest jetzt nicht, sonst immer. Alles klar, gut, wir sind Butler, checken wir alles ab. Übrigens, meine Freundin sitzt im Hintergrund, wundert euch nicht. Also wir haben uns hier so ein Sofa gekauft, so ein kleines Zweiersofa. Dort kann man sich dann immer gemütlich hinsetzen und zugucken, wie der Typ hier Selbstgespräche führt und sowas. Wow, da will ich auch bald einen Abonnenten treffen. Ähm, da setzen wir uns alle auf das Sofa da hinten. Ist genug Platz für alle meine zwei Abonnenten. Was? Oh, mittlerweile sind es bald 40.000? Ach, ich achte da nicht so drauf. Okay. Ich muss gleich nochmal akkulisieren, falls einer dazugekommen ist. Boah, meine Güte ey, ich bin Butler, kein hübsches Hausmädchen, dessen Rock du da nach oben schwingen kannst. So, das können wir hier alles anzünden, aber wollen wir nicht, glaube ich, oder? Ich habe immer Lust hier anzuzünden, weil ich immer das Gefühl habe, dass da wahrscheinlich irgendetwas sich öffnen wird. Okay, so. Erstmal irgendwie irgendwelche Schränke untersuchen und alles mögliche, irgendwas anzünden und dann am Ende erst den offensichtlichen Tisch untersuchen. Ja, das ist der typische Holly. Ich kann gar nicht weiter gehen, ohne einen Lantern. Okay, die holen wir uns. Okay, 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 interessant. Keine Monster, kein Schocker, alles klar. Übrigens, die Custom Story habe ich nicht gezockt. Ich habe es überprüft. Nein, ich habe sie nicht gezockt. Ihr habt sie wahrscheinlich wieder woanders geguckt. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Oder ist das ein Apriler Prüscherz? Tonight is the night I have to find out what's happening here. I can just, you know, all the science, my long idea is going to fall. Oh, mein Schirr, ich weiß nicht, was ich jetzt folge, ich werde ihn heute Abend folgen und hoffe, ich finde die Wahrheit. Und wer ist die epische Musik? Okay, danke schön. Ich habe in meiner Brusttasche das kleinste Orchester der Welt, bestehend aus Flöhen und Milben. Kennt ihr die nicht? Die nennen sich auch die Flöbis. Die Flöbis, ja, ja, die Flöbis. Das ist eine weltbekannte Band in Kasachstan, die keiner kennt. Ich brauche eine Laterne, komm schon. Die war doch bestimmt hier irgendwo drin, oder? Oh Gott, oh, da bin ich blind wie scheiße. Ich habe eine Lanterne. Ich war abgedenkt von den Flöbis. Tut mir leid, ich war abgedenkt von den Flöbis. So, I don't sleep well when the lights are off. Hast du Angst vor dem G... Oh, schon wieder das gleiche Musikstück wie immer. Gleich aufhört. Oh Mann, ich will ja mal singen dazu. Kein Arsch, was eigentlich mit your custom stories, hä? Mach mal custom stories, gute custom stories, die ich wieder zocken kann. Ich habe keine Lust mehr auf diese storyhaltigen stories mehr. Wobei diese jetzt in letzter Zeit Spaß gemacht haben. Aber die waren ja auch anders. Ich hoffe, diese hier wieder auch anders. Mir wurde gesagt, dass sie anders ist. Was heißt das? Dass sie schwul ist? Das hast du gegen andere. Five days ago I was helping Henry with the reparation of that broken wooden head on the floor and behind the castle. Blah, blah, blah. Lest euch durch. Sexy face. Eigentlich könnt ihr Pause drücken, oder? Wieso sollte ich jetzt so lange hier rumstehen? So, zack. Ich vergesse es immer. Ich vergesse immer, aus dem sexy face rauszukommen. Deswegen die ganze Zeit, ne? Ich kann echt nicht aufhören mit dem sexy... Warum? Ich habe schon aufgehört. Moment mal, was? Ich bring mich gerade selber durcheinander, ey. Ich bring mich gerade selber durcheinander. So, den Riesenjoint, den nehmen wir immer mit. Riesenjoints sind immer witzig. Äh, ja, ja. Ich habe eine Waffe, beziehungsweise einen Riesenjoint. Oh, den zu tun wir jetzt erst mal an. Das dauert ein bisschen länger. You good. Was ist denn hier los? Na, nichts, dinks. Före ich. Was ist denn hier los? Aha, hier können wir etwas abfüllen. Klamour, komm raus. Klingt ja so, ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn ehrlich gesagt nie geguckt. Nie die Sesamstraße. Ich habe so eine traurige Kindheit. Ich habe lieber Resident Evil 1 durchgezockt. Als kleiner Bindelscheißer. Die Tür ist jammt. Okay. Ähm, dann warte mal, dann warte mal, dann warte mal. Wenn die Tür jammt ist, das heißt, die Tür ist voller Marmelade. Jam heißt Marmelade. Jammt. Verma... 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 Das ist ein kompliziertes Wort. Deswegen wird es oft nicht gesagt. Deswegen wird einfach gesagt, die Tür ist versperrt. Aber das stimmt nicht. Bam! Hab... Siehst du... Das ist krass. Ich erfülle meinen Bildungsauftrag. Ich erfülle meinen Bildungsauftrag. Da, 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 da. Damit stinkst du. Ja, was soll ich denn machen jetzt hier? Was ist das hier? Das sieht voll auffällig aus. Als wurde es hin und her geschoben. Ah! Wütend! Äh! Geh mir! Äh! Was soll ich denn machen? Hast du dir was notiert, Kumpel? Da ist doch was. Momentchen, du. Oh! Hallo? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wie kommen wir da... Was soll ich hier tun? Da sind Kisten. Aha! Aha! Nein! Okay. Aha! Aha! Oho! Aha! 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 Weiß ich doch nicht, was ich jetzt machen soll. Mann, ich muss schon für eine Tür... Wo ist der Hebel, den hier keiner kennt? Hallo, sag's mir! Wo ist der Chat? Ja, wo ist der Hebel, den keiner kennt? Sag mir, wo ist der? Wo ist der Chat? Nein, sag mir, wo ist der Hebel, den keiner kennt? Sagst du's mir? Die Tür ist jammed. Gott! Ich bin gerade am verzweifeln. Äh! Nein! Ah! Hier ist ein Pickel an der Wand, den man drücken muss. Ah! Jetzt geht's, oder was? Ah! Ja, 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 Musik, Musik, ja, volle Erleichterung, wow, ho, 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 ho. Oh, muss schneller reden, muss schneller reden. Oh, er redet immer noch. Okay, scheiße, er hört nicht auf. Oh, scheiße. Oh nein, I roll in this fast. Oh nein, Beryl, Beryl. Aber mein Name ist nicht PewDiePie. Ich habe keine Angst vor Beryls. Ähm, oder war das so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass er öfter mal Beryls schreit. Vor Freude oder vor Angst? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Egal, ich hatte eben eine kleine Jam-Session. Ne, das nennt man so unter Hip-Hop-Bahn, eine kleine Marmeladen-Session. Ähm. Ach, komm schon. Geht nicht auf. Mit der Tür, hä? Das war schon cool. Das klang cool. Ich weiß nicht, ob ich es reinschneide. Ich glaube schon. So, komm. Und rein damit. Oh nein. Es macht mir Angst. Es wird mir immer schlechter und gruseliger. Oh nein. Nein. Noch mehr gruselige Sachen. The place is falling apart. Scheiße. Gut, dann nehmen wir das hier mit. Renn, Kumpel. Renn, versteck dich unter... Egal, du bist der Kakerlaker. Du überlebst alles. Ähm, passt auch. Dann nehmen wir mal hier so eine Zünderbüchse mit. Da ist jemand. Da ist irgendjemand. Stehenbleiben! Hüah! Ist das ausgelaufener Wein oder Blut? Bitte lass es Wein sein. Bitte lass es Wein sein. Mh, es ist Rubble-Bubble. Ich bin schon ein bisschen betrunken. Oh nein, bin ich tot? Ich hatte letztens erst das Vergnügen mit dem Wassermonster. Ich möchte es nicht nochmal machen. Morgen. Fuß. Komm her, komm her, komm her. Kann ich das abdrehen? Nein. With was? With Wein. Das ist Wein. Ey, leck mich fett. Nice. Da stehe ich doch mal in den Weinkeller. Okay, hier haben wir einen Hammer und jetzt müssen wir weiter. Ja, das ist, hab ich selbst gesagt. Und dass wir jetzt weiter müssen. Wir müssen hier irgendwie durch. Können wir das hier mit dem Hammer zerstören? Können wir das mit dem Hammer zerstören? Nein. Übrigens hab ich gehört, dass Kashi an einer neuen Custom Story arbeitet. Und er hat mir schon Screenshots geschickt. Und die sahen wirklich sehr Kashi-mäßig aus. Da freu ich mich auch schon sehr drauf. Also Kashi, beeil dich. Beeil dich. Ich möchte wieder nackte Geschlechtsteile in mein Gesicht. Okay. Suchen wir mal weiter. Hier waren wir nicht, oder? Ah! Ah! Was ist das? Oh, das klang eklig. Als würde mich etwas verfolgen plötzlich. Aber es ist einfach nur irgendetwas hier auseinandergefallen. Ah! Was? Soll ich jetzt kochen? Ein halbes Schwein? Was ist das? Ist das ein Butler-Simulator in einem Koch-Simulator? In einer Amnesia Custom Story? Das wird ja immer abgefahren, ne? Okay, gut. Das merken wir uns mal, dass wir da irgendwie so ein Rezept haben, mit dem wir jetzt... Ah! Ah! Da unten! Da unten! Oh, mein Gott! Kann ich gesehen, ey! Welcher Idiot baut hier denn eine Tür unter die Treppe, die dann nirgendwo... Oh! Ich frag nicht. Ich frag einfach nicht, sondern geh einfach vorbei in die Entrance-Hall. Richard lachte immer auf mich. Ja. Er hat immer auf mich gelacht. Und dann hat er einfach ein weinendes Baby auf mich geworfen. Was ich... Kann ich nicht so gut übersetzen. Ähm... Super. Hier sind wir jetzt in der Entrance-Hall. Okay, diese Custom Story ist aber irgendwie bis jetzt eher so... Hm... Ja, irgendwie so wieder... Wie alle anderen. Noch gibt es hier nicht viel Besonderes. Nicht viel. Außer, dass ich mich als Butler ziemlich sexy finde. Komm, wir gehen mal hier lang. Rote Blut. Okay. Dann... Sag mal... Es ist lockt. Äh... Ah... Oh... Ähm... Ähm... Nein, nein, nein. Das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Pass auf, so ein Reim am Abschluss. Es ist lockt. Es ist lockt. Äh... Äh... Ja, das war die einzige logische Variation, die ich da annehmen konnte. Dichter, meint ihr jetzt? Nein. Dichter, das ist was komplett anderes. Das hat gar nichts mit... Damit es tut gar nichts. Eher nichts. Okay, komm. Wir machen Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, die Custom Story wird noch ordentlich reinhauen. Denn, äh... Dafür lebe ich. Das erhält mich am Leben. Horror! Schocker! Bekomme ich keinen Schocker, der mir einen Herzinfarkt bereitet, dann überlebe ich das nicht. Und andersrum auch nicht. Scheiße. Okay, jetzt wird's peinlich. Bis dann.